Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt müssen wir an Lorenzo arbeiten. Die Hälfte der Abuelos hier hängt an seinen Lippen. Conron meinte, Lorenzo müsste nur mal eine Bio-Wieder-Anlage besuchen. Aber bring Lorenzo mal dazu, irgendwas zu tun. Das ist wie ein Laster durch den Schlamm zu ziehen. Seitwärts. Ich werde ihn ein bisschen daran erinnern, wofür wir mal gestanden haben. Und du bringst Bio wieder zu ihm. Du musst nur reinschleichen, Fotos von allem machen, was verdächtig ist und abhauen. Für eine sogenannte Forschungseinrichtung haben die viel zu viele Waffen pro Labor-Kittel. Die haben was zu verbergen, Bebe-Tigre. Und wir werden es Lorenzo ins Gesicht klatschen, was es auch ist. Ich hoffe, du kannst mit Kameras umgehen. Was sagt ihr Kids heutzutage? Kein Filter? Bebe-Tigre, wo du gerade bei der Anlage bist. Ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Wen? Sie heißt Gabriela und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Jahre verlassen wird. Danach kam Gabriela nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. Den Alarm soll dich ausschalten. Ich liebe diesen Hund. Meine Waren, die Araber. Wenn ihr eure Augen schließt. Oder das Loch Paradies deckt. Was seht ihr da? Seht ihr Feuer und Blut? Seht ihr Leid und Schmerzen? Das war es, was die Wörter von 67 Jahren mit ihrer Revolution brachten. Das ist die Tatschie. Und das wollen sie heute wieder errichten. Achtung! Ein Ingenieur. Oh nein. Das ist die Tatschie. Und das war es. Das war es. Das war's. Was ist das? Ich habe ich in meiner Boxen. Ich habe es. Ich habe es. ... auf eine strahlende Zukunft. Ein gutes Mitglied des Militärs sollte sich jeden Tag diese Frage stellen. Habe ich genug getan, dass sich Präsident Castillo mir und meinem Land schenkt? Wer Präsident Castillo in Frage stellt, ist nicht wahrer der Lage. Was geht hier nur vorsichtig? Ich hab die Schlöppe zu rufen. Was geht hier nur vorsichtig? Ich habe kein gutes Gefühl an diesem Ort. Das Licht ist an. Ich frag mich, ob jemand zu Hause ist. Wir sind schon genug von euch. Was hast du für mich entdeckt? Was ist das für ein roter Rauch? 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 Ich glaube, es wird schlecht. Ein bestieger, ein beschissenes Monster. Aber ich brauche mehr Bilder. Da sind Käfige. Aber wofür? Im Kampf gegen die Terroristas, die uns bedrohen, benötigt Jahre alle gesunden jungen Männer und Frauen. Vergesst nicht, dass sich jeder jaranische Bürger im örtlichen Militärbüro melden kann. Macht eurer Familie Ehre und sichert eure Zukunft. Im Garas Militär. Die Leute sind krank? Schwer krank? Pinga. Das muss Gabriela sein. Loshinga. Was tun die diesen armen Leuten an? Ich brauche mehr Bilder. Das machen sie also mit den Parias? Vergesst nicht, wie wertvoll die Wahrheit ist. Sie ist das Fundament für unsere Zukunft. Waren Yarana müssen Verantwortung übernehmen für das neue Yarana. Die Protektoren und die Defizion der Patria unterstützen. Waren Yarana. Verdächtiges Verhalten ist unverzüglich zu melden. Die Gewässer, die Jahre umgeben, wurden schon immer belagert. Aber nun werden sie von Feiglingen geschändet. Von Feiglingen, die dem Land in Rücken kehren. El Presidente gab ihnen alles. Und wann wählen die? Kapitalistische Lügen. Meine Flotte beschützt dieses Land. Niemand der Jahre den Rückenkehrs darf überleben und Lügen verbreiten. Die Geräusche kamen von da drinnen. Die Geräusche kamen von da drinnen. Die Geräusche kamen von da drinnen. Es sollte reichen, um Lorenzo zu überzeugen. El Tire. Ich habe die Bilder. Ja, du glaubst nicht, was wir unseren Leuten antun. Es ist schrecklich. Oh, ich kann es mir vorstellen. Aber wir müssen Lorenzo überzeugen. Und was ist mit Gabriela? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist dran. Das dachte ich mir schon. Okay, bring die Fotos zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass Lorenzo aufwacht. Wir waren nur Kinder, El Tigre. Lorenzo, ich hab Fotos von einem Ort gemacht, den Conron erwähnte. Man muss wischen, nach links. Sehen sie frei für dich aus? Merda. Das ist das, wogegen Libertad und la Moral kämpfen. Man kann uns dafür hassen, aber wenigstens tun wir was. Niemand hat das verdient, Lorenzo. Das passiert über alle Jahre. Das kriegst du nur von diesem Berg aus nicht mit. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe nicht für Castillo gestimmt. Der Krieg ist vorbei. Das war Zeitverschwendung. Está bien. Du hast ihn erschüttert. Ist das dein Hund? Du bist aus Esperanza. Das merkt man. Wie ist daselle? Achtung? Du bist dasот. Bek Universe. Du bist auf lass die Ochre.